Schon die Verpackung, die hat mich an irgendwas erinnert. Irgendwas mit Snacks. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Sven von VenonTrack. Heute gucken wir uns mal so ein bisschen die Sicherheitstechnik im Van an. Ihr kennt ja alle so diese Standardsicherheitselemente, dass es zum Beispiel eine Lenkradsperre oder so eine Pedalsperre gibt oder es gibt diese Verriegelungstechniken, dass man von innen die Türen verriegeln kann, dass man da nicht reinkommt von außen oder man hängt sich einfach ein Vorhängeschloss außen vor die Schiebetür. Diese mechanischen Sicherungen gibt es ja alle. Dann gibt es ja noch fest installierte elektronische Alarmanlagen für Autos, die dann anschlagen, wenn eine Tür geöffnet wird oder so. Genau. Und das alles habe ich jetzt erweitert um diesen Bosch Spektor. Das ist ein mobiles Alarmgerät, akkubetrieben. Der Akku hält ca. drei Wochen mit einer Akkuladung und der reagiert auf Bewegungen, Druckunterschied und auf Geräusche. Genau. Und dann löst Alarm aus. Das Ganze bekommt ihr dann per Push-Nachricht auf euer Handy geschickt, dass dieses Alarm ausgelöst hat und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr selber nachguckt oder direkt den Notruf wählt, je nachdem wo es ist. Da das Ding mobil ist, kann man das natürlich auch für andere Varianten nehmen. Im Carport, in der Garage, in der Ferienwohnung, keine Ahnung. Auf dem Stellplatz, wenn ihr einen Wohnwagen habt, dann packt ihr den da rein. Und somit ist es eigentlich universell einsetzbar. Da ja so schön klein ist, sie seht es ja, passt ja auch wunderbar einfach mal so versteckt zwischen den Konservendosen, die hier irgendwo im Van rumstehen oder in irgendeiner Ecke, wo er nicht so auffällt. Ja, den gibt es in zwei Farben. Einmal in Weiß und hier gibt es sie noch in Schwarz, ganz neu. Und die passen sich also überall an. Zur Technik. Da drin ist ein neuartiger Sensor von Bosch verbaut. Der misst ja auch Gase. Also ganz cool, gerade jetzt so in der Pandemiezeit ist ja wichtig, immer zu lüften und auf saubere Luft zu achten. Und hier ist ein Gassensor drin, der misst die VOCs. Das sind halt die flüchtigen organischen Verbindungen. Und wenn er feststellt, dass die Luft halt schlecht ist, signalisiert er das hier oben im Farbband mit rot-gelb-grün, was man auch einstellen kann, wie er das zeigen soll. So, ich habe mir jetzt mal mit einem Gaskocher ein paar Ravioli gemacht, um zu gucken, wie der Specsor reagiert. Und die App zeigt im Moment noch Mittel an. Ja, und beim Kochen sollte man ja ja mal durchlüften. Also er hat jetzt hier schon ein paar Partikel entdeckt. Die Luftqualität ist nicht mehr ganz so gut. Das heißt, Fenster auf und frische Luft wieder reinlassen. So, weitere zehn Minuten später. Ja, es gibt die nächste Stufe. Rot. Er sagt hier schon, schlecht. Die Luft ist verschmutzt, enthält Startstoffe. Du solltest den Raum lüften, wenn die Außenluft eine bessere Qualität hat. Ja, ich habe jetzt mal wirklich zugelassen. Also ist jetzt verbrauchter Sauerstoff. Hier ist komplett dicht alles. Und es ist schön, dass er einen daran erinnert. Meine Ravioli sind jetzt auch fertig und das können wir mal ausmachen. Und dann lüfte ich mal durch und dann wird er bestimmt wieder sagen, alles gut, alles grün. Auf der Rückseite gibt es vier Tasten. Damit kann man den Alarm aktivieren oder deaktivieren. Bei jedem Tastendruck, bei jedem Tastendruck, quittiert er das mit einem Piep. Und wenn man einen falschen Pin eingegeben hat, dann zeigt er, dass es halt nicht der richtige war. Und wenn wir den richtigen Pin eingeben, okay, dann kommt ein aufschwellender Ton. Und jetzt aktivieren wir ihn quasi in Alarmbereitschaft. Der pulsiert jetzt circa eine Minute lang und schaltet sich ein. Genau jetzt wäre so der beste Zeitpunkt, um den Raum, um den überwachten Bereich zu verlassen. Und wenn er dann aktiviert ist, ja, ist er scharf und checkt die Umgebung auf Einbrecher. Genau. Hier ist ein kleines Kärtchen dabei mit einem Produkt, mit einem produktabhängigen Barcode. Also nur mit diesem Ding könnt ihr das Ding aktivieren. Ihr müsst euch dazu natürlich im Internet anmelden. Auf der Bosch-Seite, dann aktiviert ihr den Kollegen hier. Und dann gibt es eine App, die zeige ich euch mal hier, die blende ich hier mal ein. Und dort könnt ihr dann euch zuerst die neueste Softwareversion runterladen. Denn Bosch Specs so aktualisiert ständig die Sensoren und die Software und verbessert diese. Ja, der ist noch nicht so weit. Und verbessert diese und erweitert immer den Funktionsumfang. In meiner Testphase zum Beispiel kam hinzu, was ich auch ganz cool finde, gerade für die Leute, die ein Tier mit unterwegs bei haben, einen Thermo-Alarm kann man einstellen. Das bedeutet, ich bin hier. Ja, Handy vibriert auch schon. Er hat ja ein Alarm jetzt detektiert. Ich habe ihn, ja wohl weißlich, nicht auf lauten Alarm gestellt, weil das gepiepe, das nervt ein bisschen. Das können wir aber, ja, es kommt einfach nicht gut rüber hier über das Video. Es ist nicht laut. Man soll den Einbrecher oder denjenigen, der hier was Böses tun möchte, nicht verscheuchen mit dem gepiepe, mit dem auf- und abschwellenden Ton. Man möchte, man möchte nur zeigen, hallo Kollege, ich habe dich gesehen und ich habe dich gemeldet, also entferne dich bitte hier, weil gleich kommt jemand. Genau, also es ist vielleicht noch ein zusätzlicher Hinweis, dass derjenige dann entdeckt ist. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Während der Testphase wurde dieses Ding hier noch erweitert und zwar die Temperaturüberwachung. Man kann die Temperatur und die Feuchtigkeit aus der Ferne direkt in der App messen. Das sieht man hier. Und man kann weiter unten auch einstellen, ein Alarm einstellen quasi. Also wenn er einen Höchsttemperaturwert überschreitet, ich habe jetzt hier mal 40 Grad eingegeben, dann kriegt man eine Meldung aufs Handy. Ebenso, wenn man einen zu tiefen Temperaturpunkt unterschreitet, dann gibt es ebenfalls einen Alarm. Ich habe hier 5 Grad gewählt, weil ich das im Winter ganz interessant finde. Kann ja mal sein, ich bin nicht im Auto ein paar Tage und die Standheizung fällt aus und es ist hier auf einmal richtig kalt drin. Dann meldet mir quasi der Specsor, dass es zu kalt im Van ist und dann weiß ich, oh, da muss ich mal überprüfen, was da ist. Vielleicht ist die Standheizung ja ausgefallen. Genau, also viele, viele Anwendungsbeispiele hat man hier. So, die Luftqualität, da sind wir stehen geblieben, misst er ja und zeigt es in unterschiedlichen Farben an. Hier in der App sieht man jetzt, dass es gestaffelt ist in sehr gut, gut, mittelmäßig, schlecht und sehr schlecht. Da gibt es auch dann immer zu Erklärungen und das kann man dann einstellen, ja, wie er das zeigen soll. Und alle 10 Minuten kommt dann diese Meldung und er zeigt es halt entweder leuchtend oder blinkend oder daueran, wie die Luftqualität ist. Und das ist ganz interessant, manchmal war das auch so, da hat er auf einmal schlechte Luftqualität gemeldet und ich wusste gar nicht warum. So, und der Specsor weiß schon vorher Bescheid, dass die Luft schlecht ist, eh man das merkt. Hier ist gerade ein LKW vorbeigefahren, der eine Dieselfahne hinter sich hergezogen hat, hat hier ein bisschen nach Dieselabgas gerochen und hat er, ja, gleich detektiert und sich gemeldet. Finde ich gut. Also, jetzt Fenster auf und Lüften. Feinste Partikel, Feinstäube, ja, keine Ahnung, welche Gase drin oder so. Und dann hat er das gemeldet, dass die Luftqualität schlechter geworden ist. Ja, und dann sollte man halt dazu sehen, dass die Luft besser wird, weil das sonst in längeren Fällen gesundheitsschädlich ist. Ihr habt ihn hier vielleicht gerade so ein bisschen blinken sehen, dieses weiße Licht, also das erscheint mir so ein bisschen fliederhaft. Das ist immer so ein bisschen so eine, ja, so eine Rückmeldung, wenn man den bewegt hat oder so, dass man hier dran ist. Im Alarmfall kann man sich auch, oder jetzt auch schon im Alarmfall, kann man sich natürlich auch den Standort angucken, wo er gerade steht, der Spexor. Man sieht dann auf der Karte, wo er steht und auch kann ja sein, dass das Ding mit entwendet wird. Dann kann man nochmal sehen, wo er quasi sich aufhält und gegebenenfalls das den Behörden oder irgendjemand noch weiterleiten. Genau. So sieht es dann aus. Möglicher Einbruchversuch erkannt. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier das auskriege. Ja, draußen regnet es. Es ist ein bisschen frisch. Ich habe mal alle Fenster und Türen zugemacht, damit es ja auch nicht so laut ist. Vielleicht wärt ihr ab und zu mal das Regen tropfen. Ich filme jetzt hier ungefähr schon, ja, eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und hier könnt ihr jetzt schon sehen, dass die Luftqualität hier schon so ein bisschen abgenommen hat. Also er hat hier jetzt schon gezeigt, dass sie ja relativ schlecht ist. Ich sitze doch direkt daneben, atme hier alles aus. Sauerstoff ist schon ein bisschen verbraucht. Da sagt er schon so ein bisschen Bescheid. Lüfte mal wieder, bring mal ein bisschen Luft wieder rein. Das Gerät hat Bluetooth. Ich habe mich gerade miteinander mit Bluetooth verbunden. Er zeigt es durch dieses blaue LED-Band. Wenn man mit dem Handy nicht in der Nähe ist, dann schaltet er auf WLAN um. Und wenn das WLAN nicht verfügbar ist, er hat eine eSIM-Karte verbaut, die europaweit für ein Jahr lang gilt. Das ist im Kaufpreis mit inbegriffen. Danach für schmale 12 Euro im Jahr, also 1 Euro im Monat, dass ihr die mobile Datenlösung hiermit nutzen könnt, wenn ihr nicht immer ein WLAN zur Verfügung habt. Somit ist wirklich sichergestellt, dass ihr immer Kontakt zu eurem Specsor kriegt und er auch immer den Alarmversuch meldet. Und ihr halt die Temperatur und die ganzen Daten abfragen könnt. Zukünftig habe ich gehört, dass es wohl auch ein CO-Melder geben wird. Das ist aber noch nicht ganz raus. Also vorsichtig mit der Information. Ich sagte ja schon anfangs, das Team von Bosch Specsor erweitert hier ständig den Funktionsumfang. Was ich persönlich gut finde. Was steht hier drauf? Oder was ist hier drin? Also der Specsor selber. Schwarz oder weiß. Dann gibt es eine Originalbedienungsanleitung auf Deutsch. Sehr ausführlich, also sehr detailliert. Ich habe hier bisher alles drin gefunden, welche Fragen in mich aufgenommen haben. Da dachte ich, wie ist denn das eigentlich? Da habe ich mal später nachgeblättert und es steht alles drin. Ein Ladegerät zum Aufladen. Hier unten natürlich USB-Kabel. Schön lang. Und diese kleine Karte, mit der man dieses Gerät aktivieren kann. Diesen Code bitte aufheben. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Rabattcode für euch. Wenn ihr euch so ein Ding auch zulegen wollt, guckt mal rein. Da ist auch alles weitere verlinkt und beschrieben. Wie gesagt, ein Rabattcode gibt es da. Ja, den könnt ihr dann einlösen, wenn ihr euch so ein Ding zulegt. Gut. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich stelle den jetzt wieder an seine Stelle. Und, also seitdem ich die in der Probung habe, ist das Ding hier im Van. Und ich gucke da öfters rein, wie viel Temperatur haben wir denn, wie viel feucht ist es denn. Und ich habe das so gecheckt mit den ganzen Alarmauslösungen. Fehlalarme habe ich bisher noch nicht gehabt. Selbst wenn ich den Van an der Straße geparkt habe und durch die vorbeifahrenden LKWs hat das Ding dann gewackelt. Oder laute Töne durch irgendwelche Linienbusse oder so. Gab es bei mir bisher nicht Fehlalarme. Also davon bin ich wirklich überrascht und das finde ich richtig gut. Was man noch sagen muss, da er sehr auf akkuschonende Funktionsweise programmiert ist, ist die Alarmauslösung, erscheint die manchmal verzögert. Beziehungsweise hatte ich ab und zu mal den Verdacht, dass er das jetzt nicht gerafft hat. Ich habe den quasi aktiviert, vorher mit der Hand rumgefummelt und dann ist irgendwie nichts passiert. Es liegt aber einfach nur daran, er guckt nicht rund um die Uhr bzw. er sendet nicht rund um die Uhr ins Internet den Alarmzustand, aufgrund des akkuschonenden Betriebes. Aber er hat es jedes Mal registriert und ausgelöst und die Meldungen, die kommen auch an. Also sicher ist er auf jeden Fall. Das finde ich gut. Ja, vielen Dank nochmal an Bosch Spexer, dass ihr mir die beiden hier überlassen habt zum Ausprobieren und für den Film und fürs Review. Ich finde die ganz geil. Und die sind mobil. Also die kann man auch in den nächsten Van nehmen, ins Ferienhaus, in Urlaub, irgendwo hin. In die Dachbox geht natürlich auch. Wenn da jemand aufmacht, kommt gleich der Alarm. Genau. Ja, erzählt doch mal, wie ihr euren Van absichert. Schreibt es mir in die Kommentare und erzählt doch mal, was ihr von diesem Ding hier haltet. Es war ja Ostern. Die Form erinnert ja so ein bisschen an ein Osterei. Ja, subi. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und abonniert uns. Bis bald. Tschüssi. Tschüssi.